Salon Nr. 85 im Ries, Fenders B.S. Vesco Melua von Renzi Matthias Sürth aus der Schweiz. Ebenfalls für die Jugendkürz und jetzt die Katalogenwand 101 Tennis Defender Omega von Jakob Telly, ebenfalls aus der Schweiz. Bei den Altshünen im Regen. Die Katalog Nr. 178 Lennox Sabrina von Lukas Grasinger aus Pulver, Tirol. Und die Katalog Nr. 290 AG Chase Almeana X 93 von Julia und Christoph Norbert aus Baden. Unter diesen 4 Tieren haben wir jetzt schon nicht Europas World Championship, aber welches ist das? Welches wird das Gerät? Da liegen jetzt bei den Ausstellern vermutlich genau so leicht in diesem Moment. Die Ausstellern und Ausstellern und Ausstellern, die möchten jetzt, bevor ich in eine Entscheidung komme, mich bedanken. Ich bedanke mich bei allen Ausstellerinnen und Ausstellern, Besucherinnen und Besuchern. Mein Recht hat für das Dankeschön für die letzte Stunde oder eine Stunde sehr viele Worte des Lobes bekommen. Der Lob gehört uns allen. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung von vielen, von vielen fleißigen Helfern, von vielen motivierten Züchterinnen und Züchtern. Ich denke, ich will eigentlich nicht mehr Worte verlieren. Ich will nur einfach dem Team im Ring auch danken, dem Prinzessinnen, der Lea Singer als Sprecherin und natürlich unser Kreisbilder, dem Wartner und Herrn Gerold. Ich wünsche ihm herzlich herzlich an die Transparenz und in der Arbeit, mit meinem großen, großen, großen Applaus. Ihr, als der Hauptstadt und Herr und Herr wahrscheinlich letzte, als Martin oder andere, was wir jetzt nicht mitbekommen haben, erst in den nächsten Tagen ist es ein bisschen übersehen, was wir uns in der Erscheinung finden. Geschätzte Damen und Herren, es wird eine Projekte ergeben. Frau Swiss-Morning, fahren Sie mit diesem Wiener nach Hause. Machen Sie die Erdung für unseren Rassenblock. In diesem Sinne, alles, alles Wunder für Jürgenhausen und Stollen. Wir wollen gesundheitliche Familie und gesundheitliche Stall. Es war uns eine Ehre, 2024 der Europaschau auszurichten. Auch ein letztes in vier Jahren in einem anderen Land. Arbeit für Marien. Viel Glück, viel Erfolg. Eure Bein. Ja, geschätzte Schaubesuche, meine Schaubesuche in den Ausstellern. Nun der letzte Höhepunkt, Landchampion dieser Europaschau. Auch hier gibt es die Leute, Grand Champion zu erlenden. Eine E-Selte und eine Horde-Rebel-Menschen. Für, hier im Wind, die bereits oft auf der Info denken, man muss die Riesenkühle zittert. Nichts mehr sagen, auch im Anschluss. Meinen Kommentar würde ich dieses Mal auch weglassen. Ihr seht selbst diese Mühe, die bedarf kein Kommentar mehr. Es sind kleine Entscheidungen. Es muss aber eine Entscheidung geben. Die Flatsche wird sein. Die Flatsche wird sein. Die Flatsche wird sein. Es ist die Flatsche. Die Flatsche wird sein. Die Flatsche wird sein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR